Hallo, ich bin Werner Kirsten, ich habe Maschinenbau studiert an der Uni Hannover. Ich arbeite seit 20 Jahren für die Firma Gebrüder Heller Maschinenfabrik in Nürtingen und das was ich halt hier mitgebracht habe ist der Profitrainer. Eine Bildungsmaschine sieht aus wie eine Werkzeugmaschine, ist auch eine Werkzeugmaschine, aber die kann an den Lernort und sozusagen man kann Produktion begreifbar machen mit diesem System. Wir sind einer der Initiatoren für dieses Forschungsprojekt gewesen. Wir haben mit der PTW der TU Darmstadt zusammengesessen und haben gesagt, die Zukunft der Produktion ist digital und in Zukunft wird man in Geschäftsmodellen mit Daten Geld verdienen und nicht nur mit den Produkten, die wir dort machen und deswegen haben wir gesagt, wie kann man Produktion zurück nach Europa holen, indem wir Produktionsprozesse stärken, indem wir die Digitalisierung vorantreiben, indem wir verschiedene Projektpartner aus Universitäten, Industrie und Öffentlichkeitsarbeit zusammenbringen und so ist die Idee für EuproGigant entstanden. Ganz einfach, ich erwarte, dass wir Produktion zurück nach Europa holen, dass wir zeigen, wie Wertschöpfung halt an einem Standort wie Europa wettbewerbsfähig sein kann, wie wir das Thema Nachhaltigkeit, Produktion, und Digitalisierung wettbewerbsfähig darstellen und halt auch darstellen, was man investieren muss, zum Beispiel in Form von CO2 in ein Produkt, um dann halt hinterher neutrale und wertschöpfungsorientierte Prozesse zu haben, Mitarbeiter zu qualifizieren und am Ende des Tages den jungen Leuten, die heute in der Ausbildung sind, die Gelegenheit geben, dass sie halt auch noch in Zukunft in der Produktion wertschöpfend tätig sein können und das in Europa. Ganz persönlich schätze ich die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie und dem extremen Praxisbezug und aufzuzeigen, dass große Projekte wie GAIA-X, die Europäische Digitalisierungsinitiative, ein konkretes Gesicht bekommt und Anforderungen und von uns lernt, wie man Produktion in Europa sinnvoll und wirtschaftlich betreiben kann. GAIA-X kann von uns ganz viel lernen, weil wir Prozesse richtig und wirtschaftlich orientiert aufsetzen und dafür die Voraussetzungen schaffen, wie man halt eine so große Initiative wie GAIA-X in die richtigen Bahnen lenken kann. GAIA-X